Ihr habt euch immer schon mal gefragt, ob und wie ihr Wertpapiere von ein Depot auf ein anderes übertragen könnt. Ich zeige euch heute, wie es geht, was ihr dabei beachten müsst und ich zeige euch zwei Tricks, wie ihr damit Steuern sparen könnt. Bleibt also dran, mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Heute geht es um das Thema Depotübertrag. Ich selbst habe in den letzten Jahren Mehrfachaktien von einem Depot auf ein anderes übertragen und das Ganze ist nicht weiter kompliziert. Allerdings muss man einige Feinheiten beachten und man kann auch die Regelungen eben für sich ausnutzen, aber dazu später mehr. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten, ein Depot zu übertragen. Ein Depotübertrag kann auf ein anderes Depot erfolgen, das auf dem eigenen Namen läuft. Es ist aber auch möglich, Wertpapiere auf das Depot des Ehegatten, der Kinder oder eines komplett Fremden zu übertragen. Auch wenn es bereits ein elektronisches Depotwechselportal gibt, an dem einige Banken teilnehmen, ist es in vielen Fällen immer noch erforderlich, ein BDF-Formular auszufüllen und zu unterschreiben. Wir schauen uns jetzt am Beispiel des Formulars der Comdirect Bank einfach mal an, welche Angaben in so einem Formular notwendig sind und wo ihr aufpassen müsst. Wichtige Angaben sind einmal zum Depotinhaber, ihr braucht Name, Vorname, ist klar, und die Steueridentifikationsnummer. Und zwar, das werden wir gleich sehen, warum. Ihr müsst nämlich zu diesem Depotantrag eine der folgenden vier Auswahlmöglichkeiten treffen, nämlich bei der Frage danach, um welche Art des Übertrags es sich handelt. Die erste Möglichkeit ist der Übertrag auf euer eigenes Depot. Das ist der sogenannte Übertrag ohne Gläubigerwechsel. Also wenn ihr meinetwegen bei der Comdirect ein Depot habt und beim Smartbroker ein Depot und ihr möchtet die von der Comdirect an den Smartbroker übertragen, beide Depots laufen auf euren Namen. Dort gibt es nämlich keine steuerlichen Auswirkungen. Das bedeutet, die Wertpapiere werden mit den hinterlegten Anschaffungsdaten an den anderen Broker übertragen. Und wenn ihr dort verkauft, werden genauso dieselben steuerlichen Auswirkungen sein, wie wenn ihr es auf eurem originären Depot verkauft habt. Dann gibt es noch drei weitere Varianten. Das eine ist der Übertrag aufgrund von Erbschaft. Und der Übertrag zwischen Eheleuten bzw. aufgrund von Schenkungen. Beide Varianten sind ein Übertrag mit Gläubigerwechsel. Bei beiden Überträgen wird das jeweilige Finanzamt informiert, weil es eben dort Grenzen für die Erbschaftsteuer, für die Schenkungssteuer gibt. Die vierte Variante ist, wenn ihr Aktien an jemand komplett Fremden verkauft und diese per Depotübertrag dann an ihn verkauft werden. Auch das ist möglich. Hier wird der Übertrag so behandelt, als hätte ein Verkauf stattgefunden. Also hier werden die steuerlichen Anschaffungsdaten nicht mit übertragen. Also diese vier Felder sind sehr wichtig. Hier ist es wichtig, dass ihr das Richtige, das Zutreffende ankreuzt, weil das steuerliche Konsequenzen hat. Weiter unten in dem Formular braucht ihr die Angabe, von welcher Depotnummer bei welcher Bankleitzahl auf welches Depot übertragen wird. Auf der zweiten Seite kommen dann die Informationen rein zu der Person, die die Wertpapiere empfangen wird. Hier habt ihr die Möglichkeit, entweder das gesamte Depot zu übertragen oder im Prinzip auch nur einzelne Positionen oder sogar nur Teile von einzelnen Positionen eures Depots zu übertragen. Deshalb könnt ihr Stückzahl, ISIN, Wertpapierbezeichnung eingeben. Ebenfalls mit übertragen werden, können eure steuerlichen Verrechnungshalten. Allerdings ist das nur möglich, wenn ihr das komplette Depot übertragt und zwar nur, wenn ihr das komplette Depot ohne Gläubigerwechsel, also an euch selbst quasi übertragt. Dann, wenn ihr das alte Depot meinetwegen komplett schließen wollt, dann könnt ihr auch alle steuerlichen Verrechnungshalten mitnehmen. Die werden dann mit den steuerlichen Daten auf eurem anderen Depot verrechnet. Zu guter Letzt möchte die Bank noch wissen, ob das alte Depot aufgelöst werden soll oder ob es beibehalten werden soll und was mit dem restlichen Kontoguthaben passieren soll. Das war es schon. Ihr seht, es ist keine Hexerei, Wertpapiere von einem Depot auf ein anderes zu übertragen. Es gibt zwei Fälle, in denen ein Übertrag nicht möglich ist. Der erste Fall ist bei Bruchstücken. Das heißt, wenn ihr einen Aktien- oder einen EDF-Sparplan habt, dann können jeweils nur die ganzen Anteile übertragen werden. Die Bruchstücke müsst ihr entweder im Depot beim alten Broker lassen. Im Zweifel werden sie wertlos ausgebucht. Das ist dann der Fall, wenn die Kosten für den Verkauf teurer werden als das, was die Papiere noch wert sind. Alternativ könnt ihr natürlich die auch verkaufen, falls sich das Ganze lohnt. Je nachdem, welche Banken am Depotübertrag beteiligt sind, dauert der ganze Vorgang zwischen zwei und vier Wochen, im Extremfall vielleicht mal sechs Wochen. Es ist tatsächlich noch so, dass hier per Hand Sachen nachgetragen werden müssen. Also dieser Prozess ist heute noch nicht komplett digitalisiert. Hier gibt es noch viel Nachholbedarf und deshalb dauert es auch eine Weile. Grundsätzlich ist allerdings der Depotübertrag kostenfrei. Eine Ausnahme bilden Wertpapiere, die ihr im Ausland gekauft habt, die also bei einer ausländischen Lagerstelle liegen. Dort können Kosten für den Wertpapierübertrag anfallen. Wichtig ist noch, dass ihr während des Übertrags die Wertpapiere nicht handeln könnt. Das heißt, für einige Tage könnt ihr nicht agieren. Das solltet ihr unbedingt bedenken, gerade wenn ihr etwas volatilere Aktien übertragt. Des Weiteren ist es so, prüft unbedingt die Angaben nach dem Depotübertrag. Sprich, stimmen die Einstandskurse, die übernommen worden sind. Also der neue Broker übernimmt komplett eure Anschaffungsdaten, sowohl fürs Steuer als auch eigentlich für das Depot. Bei manchen Banken ist es so, also ich hatte zum Beispiel bei der Comdirect, als ich welche dorthin übertragen habe, dass ich für die Übersicht die Einstandspreise und das Ganze manuell eintragen musste. Allerdings die steuerlichen Anschaffungsdaten, die wurden im Prinzip übernommen. Es kann aber manchmal sein, dass es vier, sechs Wochen nochmal dauert, bis die steuerlichen Anschaffungsdaten dann manuell nachgetragen sind. Aber am Ende hat bisher die steuerliche Abrechnung immer gestimmt, aber trotzdem einfach mal drauf schauen, dass wirklich alles passt. Depotüberträge lassen sich auch prima zur steuerlichen Gestaltung nutzen. Eine erste Möglichkeit zeige ich euch hier mal anhand eines Beispiels. Nehmen wir an, wir haben eine Aktie in mehreren Branchen gekauft. Zunächst haben wir mal 100 Aktien mit 50 Euro gekauft. Die Aktie ist kräftig gestiegen. Wir sind oder wir waren zu dem Zeitpunkt weiter überzeugt von dem Papier, haben nochmal 50 Aktien mit 120 nachgekauft. Nun ist die Aktie aber auf 80 gefallen und wir würden eigentlich ganz gern einen Teilverlust realisieren, weil wir an anderen Stellen Gewinne erzielt haben und würden den zur steuerlichen Verrechnung nutzen. Das Problem ist allerdings jetzt, dass das sogenannte FIFO-Verfahren gilt. First in, first out. Wenn wir also Wertpapiere verkaufen, dann würden als erstes die 100 Stück zu 50 Euro verkauft. Also bei der steuerlichen Betrachtung wird hier kein Durchschnittskurs gebildet, sondern es wird jeweils der Kurs der einzelnen eingekauften Pakete genommen. Also die ersten 100 verkauften Stücke würden zu 50 rausgehen. Wenn wir jetzt zu 80 verkaufen, würden wir natürlich einen Gewinn realisieren. Das wollen wir nicht. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die 100 Wertpapiere in unser zweites Depot zu übertragen. Nämlich auch beim Depotübertrag gilt das FIFO-Verfahren. Das heißt, die 100 zuerst gekauften Wertpapiere sind auch die 100 Wertpapiere, die als erstes übertragen werden, und zwar inklusive der steuerlichen Anschaffungsdaten. Übrig bleiben dann die 50 zuletzt gekauften Papiere, und die können wir jetzt dann zu 80 verkaufen. Am Ende haben wir dann einen Verlust von 2.000 Euro realisiert, und diesen können wir mit anderen Gewinnen aus anderen Aktiengeschäften gegenrechnen. Gerade gegen Jahresende ist es interessant, um die Steuer in einem Jahr zu drücken. Man kann die Aktien dann zurückkaufen. Allerdings sollte man hier aufpassen, dass kein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch kommt. Also die Aktien nicht sofort zurückkaufen, sondern vielleicht einen Tag später oder so. Es ist also möglich, über Teilübertragungen Depotpositionen wieder auseinanderzufieseln. Besonders einfach ist das Ganze bei der Comdirect. Dort hat man die Möglichkeit, ein sogenanntes 2. Depot ohne groß Aufwand zu eröffnen, und dort geht auch der Übertrag sehr schnell. Die zweite Methode ist vor allem für alle von euch interessant, die Familienangehörige, vor allem die Kinder unterstützen. Also wenn ihr zum Beispiel die Kinder beim Studium unterstützt. Häufig ist es ja so, dass das Kind dann jeden Monat einen festen Betrag fürs Studium bekommt. Viel cleverer ist es allerdings, dem Kind hin und wieder mal ein Aktienpaket zu übertragen. Und zwar die Aktienpakete, die besonders dick im Gewinn sind. Beim Übertrag ist es so, dass die steuerlichen Anschaffungskosten mit übertragen werden. Das heißt, bei euch fallen beim Übertrag keine Steuern an. Die Kinder haben aber in vielen Fällen noch den Sparerfreibetrag und sogar noch den Einkommensteuerfreibetrag. Das heißt, bei so einem Übertrag könnt ihr die Gewinne dann beim Kind steuerfrei realisieren. Und es sind dann schnell mal weit über 1.000 Euro Steuern, die ihr sparen könnt. Wichtig dabei ist nur eine Geschichte. Bei etwa 5.460 Euro gibt es eine Grenze für die Familienversicherung in der Krankenversicherung. Hier solltet ihr unbedingt euch mal informieren, ob ihr davon betroffen seid. Also diese Grenze beachten, wenn euer Kind in der gesetzlichen Versicherung mit Familienversichert ist. Ansonsten ist es eine hervorragende Möglichkeit, um Steuern zu sparen und so dem Kind entweder ein paar Euro mehr zukommen zu lassen oder eben, dass ihr ein paar Euro weniger ausgeben müsst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es bringt euch was für eure Investments. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hinterlasst ein Abo, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert und drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn neue Videos online sind. Zudem möchte ich euch auf meinen Blog www.finanzgeschichten.com hinweisen. Dort gibt es die meisten Videos auch als Textbeiträge. Manche lesen ja lieber, als sie das Video schauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. .